König Charles Iii, Neuer mit seinem Porträt König Charles Iii, 74, ist ab sofort auf den Standardbriefmarken der Royal Mail abgebildet, auf der Website kann man jetzt erste Sitz mit den neuen Marken kaufen. Das Porträt des britischen Monarchen ähnelt im Stil dem Porträt von Queen Elizabeth Iii. Aus dem Jahr 1967, das bislang auf den Briefmarken zu finden war. Auffallend, Charles trägt auf dem Bild keine Krone. Das Design basiert auf einer Skulptur, die der Künstler Martin Jennings für die neuen Münzen mit König Charles Conterfay angefertigt hat. Der 74-Jährige ist der siebte Monarch, der auf Briefmarken abgebildet ist. Die erste war Königin Victoria im Jahr 1840. Nach Angaben der Royal Mail wird es noch eine Weile dauern, bis die neuen Briefmarken mit dem Konterfay von König Charles tagtäglich im Umlauf sein werden. Denn, es gibt noch einen großen Vorrat an Briefmarken mit dem Bild von Queen Elizabeth Iii, die erst aufgebraucht werden sollen. Eine Sprecherin der Royal Mail, sowohl Postfilialen als auch Händler werden weiterhin die vorhandenen Briefmarken mit dem Porträt der Queen verkaufen. Und erst danach mit den neuen Briefmarken beliefert. Auf diese Art können sowohl Auswirkungen auf die Umwelt als auch finanzielle Auswirkungen des Königswechsels minimiert werden. Die neuen Briefmarken mit Charles Conterfay wurden übrigens zeitgleich mit einer Preiserhöhung eingeführt, eine First Class Briefmarke kostet in Großbritannien ab sofort 1.10 Pfund, 1,26 Euro, eine Second Class Briefmarke 75 Pents, 86 Cent. Jedeu' nu are limite, nu zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile, să fac totul ca la carte să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel, trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând, niciun curcubeu, dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu stil de jacke, eu vreau cu totu altiva